Ich hab zu tief geschossen, ey, Idiot. Idiot. Wie viele Kanonen haben wir noch auf der Seite? Äh, 11. Achso, Schuss war jetzt oder was? Nee, wir haben sie gleich. Ich hab's. Ja. 3-8. 3-8. Wir müssen erstmal Blanken ersetzen. Scheiße, ich hab's so schlimm. Ich fahr alles rein. War ab die A8-Lino, hast du den hinten runter gemacht oder? Nein, der ist gestorben. Okay. Da war keiner mehr. Kanonen sind reingefahren, ich hol Blanken. Oder hast du schon? Ich hab ein paar. Aber das sind ja keine ganzen. Ich hol die Kiste? Ja, ist egal, mach erstmal zu. Die kosten halt nix, deswegen hab ich die gebaut am Anfang. Ich hol's aber die Schwäche, da hab ich jetzt. Ich hab den Hammer nicht ausgerüstet. Ist das Wassersymbol hier bei denen ich neu gesetzt hab? Jaja, das ist... Wir kriegen nicht voll Leben, die müssen sich da an das Tor heilen. Deswegen nochmal drauf schwatten. Oder? Ja, das geht von alleine dann erst, wenn du die da mal setzt. Ja, ich baue oben aufs Werk. Was haben sie gemacht damit, wenn du mitten im Kampf da nicht so einfach neu sitzen kannst? Die erst hochheilen müssen. Ja. 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 Die haben halt, da hab ich mal reingeholt. Soll ich ihn anheuern auch gleich? Nein, wir nehmen erstmal keine mehr mit. Ach so, da sind die eine? Nein, ne, ne. Wir haben zwei verloren. Die nehmen ja freilich mit, ja. Bei allem, weil die so Hold Level sind. Ich hol Gold erstmal. Ich hab gerade geübt, äh bald. Bei allen hier, bevor die wegsterben. Die sterben ja nach ne Zeit. Weil der erste ist hier unten, hol den. Ich hol den zweiten. Weiß ich nicht, konnte ich nicht sehen. Da hab ich es noch nie gemacht. Wo, Gino? Direkt an der Treppe runter. 15 Gold. Ja, aber ich glaube gar nicht mehr. Kommt ein Shark hinter dir. Ich hab einen Shark an der Angel. Ich find den anderen, der zweite hier nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch schon gestorben. Wir haben ja ziemlich lange repariert, die halten nicht da, die mich da nach. Ich seh das hier im Wellenberg nicht. Ob hier noch einer rumschwimmt. Ein normaler Shark. Ich tauch mal kurz runter. Keine Ahnung. Alles egal, der wird weg sein. Wir haben erst mal einen von denen. Boah ey, die sind glimpig. Ja scheiße, zwei waren es aber. Wo ich eben drin nicht vermutet erst mal. So, warte mal. Aber irgendwann hab ich auch hier eben. Eine gelbe, gelbe Foundation. Äh, oben kurz. Kapitänskörper. Der hat 280 Läden, Jungs. Wir können zuerst die Eure sind und zuerst die Erde einmal rauskommen. Und dort stehen andere 01 Läden. Ohne, warte mal. Und ich gebe dich azt,² gehe bessere windshields. Wenn Sie eigentlich weiß, was das reinv YJ Amy Maria Krim.